Marianne Stroblholt, 11. September 1994 in Lugano, war eine deutsche Schauspielerin. Leben Marianne Holt musste kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Mutter fliehen, sie landeten in Innsbruck. Ihr Vater galt als vermisst, und ihre Mutter heiratete wieder. Holt ging nach Streitigkeiten mit ihrem Stiefvater nach Rom, wo sie zunächst als Haushaltshilfe und später als Assistentin in einem Schnittstudio arbeitete. Hier wurde sie von Luis Trenker für den Film entdeckt. Ihre erste größere Rolle erhielt sie 1950 in Duell in den Bergen. 1956 gelang ihr mit Die Fischerin vom Bodensee der Durchbruch. Im selben Jahr wurde sie auch in Wie einst Lilly Marlin in der Hauptrolle besetzt. Marianne Holt war in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre ein Star des Heimatfilms. Regelmäßig verkörperte sie meist sehr übertrieben dramatisch die patente, natürliche, unverdorbene, selbstbewusste Frau von nebenan, meist dauergekränkt und beleidigt, die am Ende den richtigen Mann bekommt. Mit dem Ende des Heimatfilms zu Beginn der 1960er Jahre verschwand auch ihre Popularität. 1969 war sie noch mal auf dem Cover der August-Ausgabe der Cine Revue zu sehen. Sie lebte jahrelang mit dem Cello-Virtuosen Enrico Mainardi zusammen, der irrtümlich oft als ihr Gatte angesehen wurde. Bei den Dreharbeiten zu Die Diamantenhölle am Mekong lernte sie 1964 Friedrich Strobl von Stein kennen, den sie nach nur sechs Tagen heiratete. Strobl wurde später unter dem Namen Frederic Stafford Schauspieler und durch Filme Vito Pass bekannt. Nach der Shoot im Jahr 1964 und der Geburt ihres Sohnes Roderick Stafford zog sich Marianne Stroblholt aus dem Filmgeschäft zurück. Sie widmete sich der Malerei und half jungen Künstlern bei ihrem Karrierestart. Am 11. September 1994 starb sie in ihrem Haus in Lugano an Herzversagen. Ihre sterblichen Überreste ruhen auf dem Friedhof Viticon neben jenen ihres Gatten. Spätsn